Hallo und herzlich willkommen! Heute sprechen wir über bei der Post. Die Postleitzahl, die Postleitzahlen. Der Briefkasten, die Briefkästen. Der Briefträger, die Briefträger. Aufgeben. Ich möchte gern ein Paket aufgeben. Frankieren. Könnten Sie mir bitte diesen Brief frankieren? Kriegen. Am Schalter kriegen Sie eine Briefmarke. Erhalten. Sie erhalten ein Formular. Abholen. Ich möchte ein Paket abholen. Ausfüllen. Sie müssen eine Zollerklärung ausfüllen. Schicken. Kann ich das hier noch als Päckchen schicken? Tschüss, maß gut und bis bald!